Du Wichser-Clown! Ich hasse Clown! Ah! Du Arschloch! Ja, so hin. Ich glaube, sehe ich mich jetzt. Weißt du, wo ich mich aussehe, Sven? Wo dann? Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu! Dippidi! Dippidi! Alter, mein Licht ist wieder da! Ach nein. Warte mal. Warte mal, Sven. Ich fang als Trappatoni, der rennt in seine Richtung. Der ist an ihm von mir gelaufen! Sven, wieso machst du das? So, an ihm alles klar, wir können weiter machen. Ich hab wieder Poké für Zapfer gekriegt. Ja, wir spielen... Mann! Wir spielen Dead Bad Daylight. Sven und ich machen heute... Nachdem es bei euch leise mal so gut angekommen ist. Obwohl es mir so leise mal sich zurückhalten hat. Hat er gesagt, dass man bei euch mehr... Ich hab' mir voll Power. Ähm... Geht's nicht mal krass weiter! Mit... Halt! 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 Jetzt... Ja, der Trapper! Scheiße! Siehste doch! Da kann ich jetzt! Aber was ist denn noch für uns fertig? Alles mehr! Ja, schuldigung! Auf jeden Fall... Ich hatte keine Demo-Gon. Wir hab' schon gesehen. Es ist Trappatoni, der Classic One. Der ist bei dem anderen Generator gerade. Der geht nicht in uns. Okay, dann... ich habe meine erste hilfe koffer dabei haben wir hier geiles gerät im richtigen das hat man so ist das der hengste großartig aber die ist nicht im so sieht dass die rechte links von uns ausgesehen da das was sie noch nicht zu retten aber der hat auch ja der kinder ist wieder da vielleicht ist das auch so ein fließender was er dann hat gar kein bock auf alkohol machte ich will das wiederum einfach mal wenn die der metz da kommt auf jeden fall hier ist ein er kommt hier wo ich muss gar nicht mehr verändern das ist beim haus bei dem großen gebäude hat der fabrik und jetzt sollte wieder zurück zum hagen ok der aufgabe gut so ich bin halt krass weißt du ich bin doch versammelt nur mich gibt es wirklich ich war trinken hat keine hand macht ein gänny und klingt erstmal war es ich bin noch mal d drei jahren sind die wälder schlechthin hat nicht mehr lange die die falle auf also wenn ich gar keine lütze wissen ja irgendwie schon sie machen hier die ganze arbeit Ja, Johnny kann es nicht da sein. Nein, aua. Aua! Warte, ist er bei dir? Weiß ich nicht. Weiß ich wo er ist. Bist du wieder raus, oder? Aua! Aua! Tut on the note! Er läuft hier lang. Okay, ich fang jetzt ab. Ich heil mich mal, ne? Er kommt! Er rett hier rein! Aaaaah! Geh halt nicht auf mich. Ja, du mach den gerne nicht weiter, mach den gerne nicht weiter. Nee, ich hab die andere aufgemeldet. Lauf in! Okay. Hast du's? Da, ungefähr da in der Richtung, wo der Killer ist. Ist das nur so scheiße? Ja, ist auch einer, ja. Kann sein, ne. Ich hab kein Bock drauf. Okay, hier, ich bin bei Tor. Soll ich den gleich ganz aufmachen, oder erst noch warten? Ja, mach auf. Er kommt in deine Richtung auf jeden Fall. Ich mach den anderen jetzt auf. Okay, okay. Er kommt in meine Richtung. Yes! Meiner ist auf. Alles klar. Schaffst du's zu mir? Wir werden's sehen, wenn... Okay. Okay. Keller, 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 Keller! Ich hab's beschenkt, ich hab's... Nein! Ja, geh, geh. Okay, okay. Riech! Kannst du rauskriechen, ist ja alles gut. Nein, Janik, nein! Das war's. Scheiße! Ich hab' besser, wie wir das zurückgelassen, bis wir ihn wieder einst. Wow! Fehler beim Aktualisieren des Rand, das kann doch nicht wahr sein. Dann wirst du da auch aktualisieren, ja? Weißt du, das wird direkt Instagram was für. Instagram. Ja, das ist doch kackes, das weißt du, weil jetzt bin ich wieder aus der Runde raus. Ich hasste DVD mich. Lass mich auch zurückgelassen. Keine Netzwerkverbindung! Als ob! Ich hab... Alter, das ist doch jetzt echt ein Witz, ist das doch! Das bin ich. Komm, man darf in den Lobby finden. Besonders, weil so, wie ich es muss, würde ich keiner mit dir überleben. Wow! Der Schutzwald. Weil zum Schmutzwald. Ist das nicht die erste Märkte gewesen? Weil wir sehen wie voll auf dem Wald, oder? Ja, die sind alle gleich ausgezeichnet. Müsst aber... Ich hab' jetzt schon Herzklopfen! Wir sind nicht, wir sind raus. WÄHLE! Schon wieder zu mir! Ich hab' da was zu mir! Ich hab' da was drin. Du Wichser-Clown! Ich hasse Clown! Ich hasse Clown! Ich hab' da was drin. Ich hab' da was drin. clown hatte diese diskriminierung fand ich jetzt nicht warte da macht sie was er hat ihm klassen bei sich bewirfte sich mit seiner pisse alter jetzt hör auf zu stecken und sie zu lachen das sind dafür ja gleich schlecht bewährt er kommt glaube ich meine der läuft die ganze zeichen lang ich mache jetzt ein gender dann können die zwei leute sind bei dir die macht ich glaube steve habe ich gerettet steve wie eine liebe des lebens der kopf von quasi rechts von dir oder vielfältig die weg klaut wenn links rechts kombo er hatte ich mich erwischt ich habe geklaut der clown ist echt ätzend ich finde toll weil er sich einfach scheiße ich mache mir noch mal ein bisschen besser bei der oder hast du dich selber gehalten habe ich gerade selber gehalten was auch bei der anderen ich finde das hier geheilt und dann sehe ich aber wenn ich wieder selbst gefummelt ich bin sicher jetzt ist die wir es aufgehängt am herrigen hast du mit dieser gesehen Nee. Bist du gerade beim Gany bei, oder? Ja. Das war die Antwort. Wir können hinter dir. Genau in die Richtung kommt er. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Ich kann ihn noch nicht sehen. Er kommt von rechts. Ah, okay. Jetzt hab ich ihn gesehen. WTF?! Ja, der Clown spielt. Ja, das hat nichts mit dem Clown zu tun. Das ist ja auch für der Spieler. Nee, der Clown. Nein, der Clown ist nicht so sicher. Nein. Natürlich. Der Clown ist ein richtiges Arschloch. Nein. Boah. Gar nicht wohl. Halt du den Maul. Nee. Du hast keine Ahnung, lass uns auch ruhig. Der Clown ist einfach kacke. Das hat nichts mit dem Clown zu tun. Der wird flaschen. Der kann er gar nicht. Ja. Trotzdem. Der ist so OP. Alter, der musste so vorn. Der wollte doch einfach scheiße pisst. Das hat nichts mit dem zu tun. Ja, Junge. Ich bin gespawnt und die Glocken direkt in die Arme. Also hast du es auch... Ja. Genau. Stevie. Oh, war es knapp. Danke, Stevie. Nein. Hänge ich nicht bei mir auf. Ich muss den Jenny machen. Jawohl, Stevie. Stevie ist ein guter. Könnte Sven. Alter. Ja. Es ist jeder schon mal dran gewesen, ne? Nicht geil. Oh, da kommt. Nice. Ist aber euch? Ne. Noch nicht. Ja. Ja. Ich bin grad beim Gally. Das war fertig. Kein Verlass. Ja. Ja, ich rette ihn. Ich rette ihn jetzt schon. Kein Verlass. Stevie. Stevie. Stevie ist tot. Hier hängt Stevie auf, Sven. Ist er sofort tot, oder? Weiß ihn nicht. Hier hängt er... Ne, er muss dann... Er muss dann struggeln. Okay. Dann können wir Stevie ja noch retten. Dann mache ich auch sofort. Warte. 3, 2, 1... Stevie! Was? Schon der älter ist die, genau. Okay, ich mach wieder gern. Wieso kann ich nicht? Warte, fuck! Ich kann die nicht halten. Äh, der die wie so in Blockade hat er auch. So, ja, stimmt. Oh, man. Ich wüsste wie heilen. Das ist ja echt scheiße. Der ist wieder full hier. Ja, nein. leute was folgt ist die witzige mitschiebte freutest du kacke die sie aber macht den letzten ich weiß ok jetzt die ausgänge ja aber hier ist die tote und die mache ich mal weg dann macht ihr ausgang auf ja helfen mit den hier hochzuhalten da seid ihr gut als die player wieder hier ist er ja nicht wahr das ist auch das team genauer ausgang müssen darauf gemacht werden der hatte einer ausgang des regen aus der wahnsinn gar nicht wahr wie schmutz bist du deshalb nur zu versuchen jetzt nach auf weiter die fahrt du bist du hängste dann mario jetzt mach doch mal ja nicht mal steve steve ein 1 es war das betrifft okay 9 das heißt ich will es wieder weg gar nicht weiter heute die generatoren gemacht hat gar nicht weiter es ist ja so ist das wenn man hat die tippe ist ein 19 und nur um 3.000 ja weißt du ich bin ja sagen die erste überhaupt nicht nur weil du wir den rang 17 haus ich habe auch geholfen ich habe die roten haben geholt ja aber ich habe davor ist die wie vom haken 1 7 gar nicht war ich habe zweimal leute vom haken geholt doch und ob die einen habe ich auch geholt